Okay Leute, es geht weiter mit One Piece. Ich hab hier was gemacht, also ich hab hier das hier gemacht mit Kuma, überlebe den Kampf. Und dabei ist ein Geheimweg freigestaltet worden, das ist der hier. Da kann man auch was machen, also gegen Kuma überleben, aber man kriegt nur Geld. Wenn man Geld, also Geldprobleme hat, soll man hierher kommen. Man kriegt keinen speziellen Charakter, oder? Okay. Job, gucken wir mal. Äh, ich hab hier Robin, das hier geholt, vier Lysop, Goldfund und das ist alles. Und hier. Hm? Und die Karte. Ja. Warte. Weiter geht's. Warte, wenn wir das machen, kriegen wir noch mehr Geld, oder? Ja. Zum ersten Mal abgeschlossen. Ja, machen wir mal, das Aufheizen da. Ähm, so. So, so, so. Alter, du wolltest ja kämpfen, oder? Hey, los geht's. Soll ich da eine Bestellung aufnehmen? Das ist unheimlich. Was, oder mach du doch lieber. Ja, okay. Okay, muss die kämpft. Der, 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 der. Alle gegen dich? Ja, alle gegen dich. Okay, die sind irgendwie schwach, oder? Ja, Anforderungen hast du nicht gesehen? Die Anforderungen? Was da? 22 bis du denn ich war alles 29 hier hat einfach diese schnecke rausgeholt oder wie heißt das noch mal ja 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 kommt verbrügel ihn durch ein wichser erst erstes tot jetzt haben sie noch einmal mit jetpistole ok obwohl ich nicht getroffen hast egal getroffen zuerst mal abgeschlossen 500 kriege ich nur wird mich verarschen hier ist es okay level 30 erreicht fünf stück 60 angriff 60 angriff hat er schon du scheiße stimmt wir wollen auch noch schloss wie sort ja sehen ok nach rechts wolltest du da wegen dem b8 stimmt ja naja wir können auch ein charakter dazu und eben du bist zwar ist bruder aber das ist eine piratenwelt ich helfe nur denen die ich wirklich mal reden wir danach den kampf ok dann los du wichser das absolut hier so schnell gemacht wieder nein ok 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 mal wieder der komo da hinten an sie zu hässlich aus das passt dazu ja wir wissen dass du stark bist wusste eigentlich da muss auch irgendwo hier rumlaufen rechts rechts oder links rechts sind dort ja alle ich habe ich ja was mit absicht so oder du kämpfst irgendwie anders gegen ihn anstatt ihn schnell zu besiegen machst du irgendwas mit so und verbrüllen schnell er kann nichts also die dritte es geht also rommeln hatte muss wieder auf den boden ja ist klar jim bei bei heitern nicht mal getroffen und dann die dritte oder der arschkarte das sind perfekt getroffen dritter gang an sturm und zu schnell und bestimmt auch mit geheimen angriff was wahrscheinlich ist ja kino weil achten hier ist aber ich sagen ja wirklich mein kind hat es so aber jetzt muss ich dann trainieren und ja noch eine welt unten zwei ok erreichte die meisten punkte und oben wie sie seine gegner die tollsten brüder erstmal gefangen und gefangene ab so ja ok da reichen die meisten punkte ok der denn der denn der denn der denn der denn und nur 8 immer da na los euch so nicht alles hat na los reißt euch zusammen bereit euch die bereitet euch was willst vor allem ja wir werden heute bin ich echt schlecht beim lesen wie immer hey hier ja sogar zu gehen das so bestätigen darf ich nicht nein darfst du nicht wir haben nach der bestätigung hier gefragt jeder fragt nach mir jeder fragt nach nähe jeder fragt nach mir was so was natürlich ein scherz ist ich glaube einmal spezahlt habe von dir die wirkten diesen weg und dann habe ich letztens Part so gesehen die Bombe rutscht einfach von rechts nach links einfach so ist eine trotzdem aber den muss ein bisschen anschwung bekommen oder glaubst du dir hat kommt einmal rufen kommt ok mr 3 jim bay was soll ja das war die banken hast du hat sich verstärkt ja aber dafür liebende was so also hat er seine Hormone wieder in uns reingespritzt in dem Leben geht ja drastisch runter in die sie sterbte keiner von denen egal Krokodil das ist auch mal einsetzen das sind drei Stück verdammt ähnlich dass jemand anderen tötet habe ich schon okay gut so du hast schon zwei Siege er hat zweimal getötet aber dein Leben ist eiskalt der Düring was kam da von oben irgendwas bösartiges weiß wer hat ihn getötet die gleiche Lasse dritte spielzahlen nennen und sie gleich hitze Modus ja automatisch wenn ich dann nun heute wird zeigt sich wieder na ja auch es sei denn die Treppe mit speziellem Griff oder halbarm ich konnte tut es noch welche selbst mit so wenig leben okay hitzemodus spezial perfekt jetzt wird und perfekt war das jetzt ja was ich glaube das alle drei ich kenne die bei mir können die das auch so schaffen du hast kokko getötet oder okay geschafft gut so gehen wir mit wurf getroffen okay egal dass alles nur für geld nix besonderes brauchen wir nicht fünf stück hier eine 60 jahre ist obwohl auch niemand kommen die beziehen nein nein kommen da auch noch mal das dann kommen was ist das stern das hat so ein bild war die glaube kapitel ich glaube mein bruder kommt gleich aber das wird machen ja mach mal anfangs schon wenn er kommt wenn er glaubt dann mach ich aus dann dass man jetzt diesen das hier oder soll ich nicht nach links gehen gibt es hier nichts also was war es nicht so was war mit den sternen wieder was war das nichts besonderes was ist das denn einfach so ein bild etwas freischalten also es ist nicht relevant für das spiel so geht an sich aber die tollsten brüder klingen die interessant wer sind die tollsten brüder denn es muss gehen die kämpfen oder was mal jemand ja wahrscheinlich mit baggie überleben wo gehst du hin ich glaube weg du trotteln so ein kompist nix für mich der wahnsinn dann die ich warte ach du schon schwer alles durch durchzuspielen aber es muss überleben aber du kannst sie auffüllen oder aber er ist flink da sieht man schon essen essen gut so verteidigung erhöhen gut essen essen aber bombe hat sich getroffen ich mich schaffst du das ja ist genau in diesem moment kommt bombe runter ist klar aber ah scheiße er das schaffst du wenn du es noch zehn sekunden überlebt jetzt war er missabrieren hochspringen geschafft genau in dem moment wird es jetzt gestorben wir haben glück leute wir haben es geschafft das ist so schwer ok das röstliche ok jetzt kriegst du baggie oder was ist jetzt ich hab schon baggie nein trotzdem kriegt er bei level so ok warte oben erreiche die meisten punkte gegen die sieben kriegsherren ok und wie ich jetzt was soll ich bin jetzt verwirrt wie bist du jetzt in den laden reingekommen ach hier ist der laden ach so verdammte scheiße wir sehen das gar nicht links oder die mann wie die kriegsherren ok jemand das raus ist aber wir kriegen support charakter wer sind die sieben kriegsherren alle mann bereits in seinem reine sagt jetzt muss gegen die alle kämpfen jetzt ich habe angst es gibt keine unterbrechung nur zwei die anderen sind hilfscharaktere von denen ach du scheiße aber die kannst du alle ach so ich habe angst nein darfst du nicht haben sind die irgendwie schnell oder kommt was so das liegt am eis aber ein bisschen abstand von denen die sind irgendwie zu nah bei dir glaube ich mal flamingo halt die fresse essen es macht die komödie da ja ich weiß aber was macht was hat er da gemacht da saß du ganz so ich habe ihn schon darauf besiegt von wo kommen die bombe du scheiße man das sieht heftig aus wenn er jetzt noch fast alles sein leben aus die korrekte muss alle besiegen oder oder muss ich ach du musst sie besiegen ach ja du musst sie besiegen ich dachte überleben nein okay du hast den wenigstens mit bombe getroffen er ist tot warte kommst du robben ich kann ihn so besiegen egal robben hat nur bis jetzt eine anforderung dass ich mit einem geheimen angriff guck gegen einmal mit geheimen angriffen hey und mit koko abschließen um was zu bekommen welchen hilfscharakter denn die komödie flamengo die hock okay hier muss doch gleich ein Cut machen geht ja schnell wir kommen schnell voran wieder 15 zu dem muss manchmal 20 nein 15 ist besser man nicht machen wird mich macht das warten fertig endlich ist was los noch egal kommentar sein tumor 3 10 jetzt mich über ja trotzdem drei Stück von denen ok hat sich ist das kann man sagen ja kann es sein dass heute kann dass das überleben kann mit den meisten leben dann trotzdem gewinnt denjenigen von hier zu sitzen also ein einzelnes nicht so okay komm einmal speziell und dann zieht das so viel ab bei denen alle egal dass ich lieber was haben bitte 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 das trip perfekt ok was jetzt egal dass wir lieber lassen sie war du scheiße ok du scheiße ich habe vor dem ausrast ich habe voll angst bekommen dass ein tumor wo zwei stück von denen rausgekommen ist was machte eine da hinten kommt er nicht über die wand oder was da robben und dann wird das tun ja er hat was und wie kann das sein hätte ich bei der auf was aufstellung des teams vorsichtiger sein soll gutes argument du kleiner alles geschafft einfach so so zwei level aufgestiegen hast du nein denn denn ich bin so ein tumor oder verschwiegenste mann der welt übrigens ich habe die 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 information freiwillig gegeben okay aber naja wir sehen uns im nächsten part tschüss die mit ja im 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 Vielen Dank.